Musik Ich habe jetzt hier angefangen, letztes Jahr durch die Karvendelmannschaft ein bisschen zu laufen. Und jetzt habe ich das eigentlich auch ein bisschen intensiviert. Und da ist natürlich, wenn da wieder so ein Erfolgslauf ist, schon ein Geld loskommt, das ist natürlich gelegen. Meine Ziele für heute sind jetzt mehr so der Hobbyläufer. Also mit den vorderen Plätzen wäre nichts zu tun haben. Aber so unter 50 Minuten wäre grundsätzlich das Ziel. Musik Ja, das ist ja geil, das ist der Erfolgslauf neu, 2020. Der sensationelle Bedienung, ein Traumwetter, viele Zuschauer. Und ich bin immer glücklich, dass es so ist. Musik Musik Du hast halt vom Beginn an bis zum Schluss Gas geben. Da schaust du nicht links, nicht rechts. Aber jetzt haben wir ein bisschen Zeit, nicht? Ein bisschen durchschlafen, ein bisschen genießen und das Ganze auch ein bisschen feiern, nicht? Die ganze Geschichte. Es war ein relativ schneller Start. Ich wollte mich einhängen bei den Kollegen und die waren ein bisschen zu schnell. Und dann habe ich Probleme gehabt mit dem Puls ein bisschen einbringen. Ich war nicht ganz zufrieden, aber hat passt. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Ich bin ein bisschen zu schnell weggestartet. Ich habe mich da ein bisschen verleiten lassen. Der Hügel am Ende, der hat mir noch alles abverlangt. Aber ins Ziel gekommen, happy und zufrieden. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017